Ich dachte das ginge noch. Hä, woher kam das denn jetzt? Aus dem Nichts auf 27 runter. Und aus dem Nichts ist in dem Fall von oben. Oh, Panzer. Alter, leck mich das fette Teil mit Rädern da auf B. Ich sinke auch im Scoreboard. Geh doch raus da! Warum kann ich denn da nicht rausgehen? Hä? Jetzt bin ich da schon zwei, dreimal unnötig gestorben. Die verrecken alle bei A. C wird eingenommen. Los, ich will irgendwo spawnen. A wird nicht eingenommen. Jedenfalls nicht zu Ende. Bauen wir mal bei D mit. Ah, lass runter zu C, oder? Jo. Da unten markiert. Ey, der wusste. Ey, Mann! Haha. Da hocken zwei. Hinterm Felsen und snipen. Er wusste es halt direkt, beziehungsweise er guckt hoch. Boah, ja. Also ich reg mich ja nicht auf, dass die irgendwie Wallhack oder so haben. Ich reg mich darüber auf, dass ich so ein Pech habe. Dass ich immer der bin, der den voll in die Flinte rennt. Wir müssen jetzt da mal rein, hier bei D. Das kann nicht sein, dass die... War hier nicht noch einer? Ja, der war hier. Hätte ich auch messern können, aber machen wir mal nicht. Was ist das da? Der kugelt sich jetzt noch von den Schüssen. Oh nein! Geh doch weg, Luftschiff! Es gibt so viele andere schöne Opfer und Ziel. Gebayonettet. So, erstmal verkrochen hier. Wo ist das? Luftschiff. Ich seh's nicht. Über C. Über C. Okay, schieß auf das. Kann ich da auch mit meiner normalen Waffe draufschießen? Bringt das was? Bringt glaube ich nicht so viel. Hat gerade jedenfalls keinen Hitmarker gegeben. Was? Ey, ich bin schon wieder tot, bevor der Einschlag kommt. Was ist denn das hier gerade? Ich hab doch ne Ping von 35. Das wird ja wohl in Ordnung sein. In TeamSpeak sogar von 25. Am Anfang der Runde kriege ich wieder 2 Kills nicht, weil die Verzögerung da ist. Und jetzt bin ich auf einmal tot, bevor ich den Einschlag höre. Ich meine, da hätte ich wahrscheinlich auch nichts dann ändern können. Panzer von hinten? Ja, war halt so. Aber trotzdem würde ich gern, äh, also die Reihenfolge richtig haben. Weil das regt mich doch. Ich hab die ja nicht mal gefunden. Komm schon, komm schon, komm schon. Von hinten, nein, 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 nein. Der fährt ja, okay, weg. Warum überspringt der instant? Ich hab's gesehen. Oder er war halt schon zweites Mal tot. Das war... Okay, die haben das, die haben das geschützt. Ich guck nach hinten. Hinten kommt. Hä, als ob! Von hinten kommt. Warte, ich hol dich. Kommt da noch wer? Nee, kein gesehen. Danke sehr. Dankeschön. Ey, ohne Spaß. Der hat mich nie mal gemessert. Auf einmal macht der einen Satz nach vorne und ich bin wieder weg. Und ja, liebe Zuschauer... Okay, das Luftschiff ist, glaube ich, direkt hier über uns. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, dass ich nicht so geil schieße. Aber ey, für manche Sachen hier in dieser Runde, die waren schon echt so respekt. Da hätte auch mein Skill gereicht. So, was holen wir uns denn mal? Ja, auf jeden Fall ein Punkt, sonst wird das vielleicht noch knapp, die Runde. Das wäre eigentlich schade. Ja, obwohl die haben schon Luftschiffe. Also, wenn wir das gleich down haben, dann haben wir so gut viel gewonnen. Oh, gleich geht's auseinander. Kann ich mir das hier mal in Ruhe angucken? Oh, ja, die Fetzen fliegen. Die ersten Teile. Wie lange geht denn der Prozess? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von unten weggesniped. Wahrscheinlich wie damals bei Battlefield 4 of Siege auf Shanghai immer. Oh, jetzt. Am Anfang immer, als ich es sehen wollte, weggesniped, gestorben. Ich meine, irgendwann... Ja, es dauert noch. Und man hat es so oft gesehen. Obwohl, es ist gleich schon so weit, ne? Ja, ja. Größerer Feuerballen war gerade schon. Großer Feuerball, Junge. Ich habe es halt immer nicht gesehen. Aber jetzt will ich es mal. Obwohl, wir hatten es doch schon mal gut aus der Ferne drauf. Oha, ich habe einen rausgesniped. Aus der hintersten Kabine. Ja, ich habe gesehen. Er ist runtergefallen. Nice, dass wir die da raushalten können. Oha, das wackelt aber ganz schön. Tötet mich das gleich, wenn es runterkommt? Oh, nein, es ist... Ja, wenn du direkt runterliegst, ja. Das Flugzeug macht die übelsten Löcher rein. Ja, wahrscheinlich jetzt. Komm, bei meinem Glück. Nein, jetzt werde ich getroffen. Der schießt mich aus dem Luft. Jetzt bin ich tot. Komm, dann geht es jetzt wahrscheinlich drauf, oder? Da stände ich gerade aber einfach nur tatenlos rum. Das erklärt... Ja, damit rechtfertige ich jetzt meinen Platz auf dem Scoreboard. Oh, vorne? Jetzt, oder? Ich habe es verpasst. Es geht doch erst runter. Es ist gerade dabei. Da kommt ein Patzer. Es kommt runter. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus, ey. Alter. Ich bin mal gespannt, was die DLCs noch für große... extra... Oh mein Gott! Fliegt hier gerade ein Flugzeug... hinter in meinem Rücken und fliegt direkt in den Baum rein und es explodiert. Haha, der wird sich ärgern. Oh. Du fließt was auf mich. Nein, weh, du wirfst was ab, weh, du wirfst was ab, weh, du wirfst was ab. Glück gehabt. Das ist aber Schaden... Ach, da sind wieder zwei. Leck mich doch. Eine Füße! Oh, das war gerade der Beid-Handy-Geklopfer, soll ich nämlich sehen. Ah, die Flugzeuge sind gerade hier ein bisschen aggressive. Ja, ich bin, ich meine, ich laufe hier immer übers freie Feld. Aber die killen mich an Dauern. Als wenn sie nicht andere... Ehh... Der hat ein Headdy drin! Und ist immer noch voll. Ist das der Fette da unten oder was? Dann ist der jetzt unten drin. Ja, jetzt, ob ich den nicht treffe, aber der mich. Ey, überspringt doch nicht. Warte, ich hol dich, ich hol dich. Ja, naja, das wär nice, danke. Komm zurück. Leck mich alle Füße. Wir holen uns D. Ja, wenn da alle sind. Kommt, die Flugzeuge, die bombardieren uns. Hauen wir uns über D zurück. Ja, nice, belebt die wieder. Dann sind sie wieder tot. Ah, der zieht genau hier und gleich bin ich auch tot. Ey, 100 Pro war davon mindestens ein Schuss drauf. Der hätte tot sein müssen. Ja, dann eben so. Kurz überlegen. Bitte keine Granate. Ich leg jetzt jetzt das Medikit. Und bitte auch nicht von hinten. Nein, da ist die Granate. 7 HP und tot. Ach, von oben schießt er mich. Ach, die Runde, da habe ich echt Glück. Das ist ja nicht zu erträumen. So, jetzt gehe ich mal zu dir. So, dann würde ich sagen, mal wieder auf B drauf, wa? Jo. Ich meine, wir führen drei Punkte. Na ja, E wird gerade abgenommen. Aber was soll's? Ich renne dem Ende her. Wahrscheinlich bin ich trotzdem der Erste, der stirbt. Oh, hier sind ganz viele, die da wieder leben müssen. Nicht wüssten, aber können. Oh Gott. Doch, mache ich. Noch einen. Steck die hier auch. Steck doch die Nudeln rein. Haha. Ja, das war vielleicht unnötig. Ja, doch, war's. Haha. Ich hab halt zwei wiederbelebt in der dritte. Ich weiß nicht, warum er nicht reingesteckt hat. Von der Zeit her war's meiner Meinung nach eigentlich in Ordnung. Ich journey wieder nach. Boah, am Berg zu aimen ist echt... Alter, hier sind alle! Oh, einen habe ich und der nächste hat mich. Bist du tot? Ja. Aber da kommen welche, mach nicht. Oh, ja, der kommt auf mich zu. Danke. Oh. Ich muss nachladen, Daniel. Von hinten, oben, von oben. Tod. Der hat doch selbst wenig HP. Warte, ich cover dich ein bisschen. Oben. Ja. Hast du den? Ne. Unten wurde wiederbelebt. Was? Headshot. Warte, du rollst runter in den Berg. Ich hole dich. Von oben snipet der, pass auf. Also von ganz oben. Hab dich. Danke. Oh, die laufen gerade alle auf D hier. Voll der geile Back und so. Hä? Ey. Ich, äh... Hab echt den... Ne, okay. Doch nicht. Was hab ich denn jetzt denn? Okay. Nein. Oh, ich wollte mich gerade hinlegen. Und von unten, oder was? Ey, ich war doch schon über... Warte, 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 warte. Oh, du bist ein Held. Alles gut. Ohne Spaß, ich... Wieder da. Komm, dann geh mal zu C runter. Ich glaub noch mal. Ammo. Ich bin vielleicht schon wieder tot von oben diesmal. Ey, von allen Seiten, wenn ich gleich... Ja, das Stückzeug. Komm runter. Ganz schnell. Du kannst auch... Du kannst auch F drücken, ne? Dann machst du... Du Sprintest du kurz weg. Aber dann kann ich ja nur noch gehen. Kann ich das eigentlich... Wir abbrechen ja so. Nice. Den überliegenden Hang hab ich. Hier ist ein Panzer unten drunter. Aber den juckt ein... Oh, der fährt jetzt hier raus. Schnell weg. Ha, der kann nicht so krass nach unten... Äh, nach oben schießen. Ah, hier sind noch welche. Hier, kommt er. Nice. Und weiter unten auch noch am Fels? Von oben, ja. Oh, ich muss... Komm her, hier. Verdammt, den treff ich nicht. Oh, da ist der Panzer. Okay, lass einfach runtergehen hier auf C. In der Hoffnung, dass uns... Wie keiner snackt. Wo sind wir hin? Hier raus, helf einer. Ich geh rein zu C. Da ist er! Mann! Wieder nur zwei! 78! Ich drück allen 77 und 78. Ja, da war auch ein Panzer. Aber ich hätte doch irgendwo kriegen können. Drei Schüsse! Und brauche ich halt für einen Kill. Und ich kriege immer nur die zwei Hits. Oh, wie oft mir das jetzt... In dieser Runde hier alleine schon passiert ist. Soll ich journey wieder nach? Mh, Panzer ist hier unten drinnen. Vielleicht kriegen wir nochmal ein paar Einnehmpunkte hier. Ja, der Hilfe! Wir haben Einsatzziel, Bertha. Verloh. Okay, der Panzer ist down. Nice. Oh, hier an der... An der Seite liegt, glaube ich, was. Hier! Erste Hilfe! Ich glaube, dass da was kommt. Mir ist sicher, Panzer ist hier zur Verstärkung. Sehr geil. Erste Hilfe! Kommt noch ein paar Punkte zum Mitgetten hier. Jawoll. Oh, die kommen ja von der Seite. Erste Hilfe! Greif zu! Hier ist mir YOLO jetzt hier. Oh, er bleibt wieder. Wurscht. Geil ist, wenn du mit dieser Waffe den Last Hit machst. Aber eigentlich, wenn du nur einen Schuss machst und dann... Ach, wir haben das denn jetzt getroffen, bitte. Dann gebe ich nochmal wieder hier. Zack. So, hier. Zack. Drei saubere Hitze, wenn das immer so gehen würde. Die Waffe hat ja gar nicht so einen starken Rückschluss. Beziehungsweise, ich achte da drauf. Und trotzdem gehen manchmal die Schüsse einfach sonst wo in eine Prärie. Also, das musst du üben. In richtigen Abständen zu schießen, dass der Recall nicht so heftig ist. Ja. Jawoll! Oh nein! Ein Kill hat mir zu einer 3er KD gefehlt. Aber schöne Runde von dir. 23,8 über eine 2er KD. Fast eine 3er KD. Lässt sich sehen. 12.000 Punkte vor allem auch. Ich habe, ja, knapp an einer 1er KD und knapp an 10.000 Punkten gekratzt. Aber wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, nicht die optimalste Runde für mich. Ich würde mich nach dem Scoreboard natürlich, da war ich schon ein bisschen voreilig, bei Felix bedanken für's mitmachen und natürlich auch an die lieben Zuschauer auf Fuß zu schauen. cuz für's nur mehr feraiden! und bis zur nächsten Runde, tschüung. Tschö-dü! Tschö!